Willkommen im neuen Traumkleiderschrank. Hallo Traumkleiderschrank. Na los, geben wir den Zuschauern eine Führung. Mit der Hologram Style Station könnt ihr alles kreieren, was ihr euch vorstellen könnt. Gute Arbeitskippe aus unseren Luchs nachgestellt. Zwillingsspaß. Lehnt euch zurück in der Entspannungsecke. Am besten mit einer Tasse Tee. Danke. Beguckt euch in den großen Spiegeln oder macht halt für einen kurzen Snack. Und vergesst nicht, der Traumkleiderschrank ist in erster Linie immer noch ein Kleiderschrank. Und hier ist schließlich der Verwandlungsraum. Wow, und was genau wird hier verwandelt? Das verrate ich euch später. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.